Wake News Radio, ohne Blatt vor dem Mond, ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viele mehr on-air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.